ja herzlich willkommen zu einer neuen special folge es geht nämlich um das 1000 abo special ich wollte jetzt 5 dlcs raushauen zu fishing planet das sind quasi die ganzen 59 dlcs die man jetzt im shop kaufen kann und ich wollte das so machen dass ich die 5 dlcs jetzt hiermit die verlosung starte und dass wenn das 1000 abonnent da ist dass ich dann quasi die verlosung beende und den gewinner ziehe mit dem random name picker das einzige was ihr machen müsst um daran teilzunehmen ist quasi einfach nur schreiben was gefällt euch jetzt mit dem neuen patch am besten und ja was 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 findet ihr gut sag ich mal was 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 findet ihr vielleicht nicht so gut einfach mal reinschreiben in die kommentare und dann nimmt ihr automatisch an der verlosung teil und eine bedingung ist aber also ich möchte mindestens dass 20 leute mindestens mitmachen so dass das ja sag ich mal auch so ein bisschen rechtfertig ist wegen den 5 dlcs ich wollte mich auch noch mal bei euch bedanken meine abonnenten dass ihr so fleißig meine videos guckt diese so viele kommentare schreibt und ja auch allgemein für die ganze treue jetzt so in den letzten zwei jahren und ja wollte ich einfach mal dankeschön sagen also es geht einmal um das winterpeik dlc da könnt ihr auch schöne sachen sind da drin auch sieben tage premium und ich blende das hier noch mal einlernen was da noch alles drin ist dann habe ich einmal das forellen dlc wenn ich auch kurz ein dann einmal das barsch dlc hat dann einmal noch das lachs dlc und bei diesen vier anderen dlcs also bei diesen was ich gerade vorgelesen habe sind 30 tage premium bei und da habt ihr auf jeden fall dann erstmal wieder eine menge premium sind auch ein paar bitcoins bei und ein bisschen silber und ihr seht das ja quasi habe das ja eingeblendet was da alles drin ist ja und damit würde ich das video dann erstmal beenden ich hoffe dass jetzt vielleicht hier nochmal lauwelt beißt mit drei schnittpäder geht hier eigentlich ganz gut ja auch noch mal danke an das bierstübchen als gesamte bierstübchen team ohne euch wäre das nicht möglich gewesen danke an die admins an toro mombi tampi und desperato und auch an alle bat mitglieder und halt auch allgemein die ganzen bierstübchen mitglieder ihr seid wirklich super habt mich super unterstützt vielen dank nochmal an euch ja und dann wünsche ich den teilnehmern ja viel glück auf dass sie gewinnt und ja ich hol jetzt den tisch noch mal rein hier mal gucken das könnte jetzt in blauwelt sein wie gesagt die das give away las ich jetzt halt so lange laufen bis ich den tausendsten abonnent habe und dann quasi starte ich die verlosung macht dazu auch noch mal ein extra video so dass sie dann auch seht wer da gewonnen hat und dann machen wir den rest wieder über steam dass ihr mich dann in steam edit und dann quasi ich euch den code geben kann alles klar denn petri heil leute und bis zur nächsten folge euer antworten fängt tschüss und bis zum nächsten mal